Natürlich ist es jetzt ein kleiner Rückschlag und man muss halt gucken wie man damit umgeht. Ich muss sagen, ich bin immer noch traurig über das Haus Offenberg. Hallo! Willkommen! Hier sind Tuchel. Sehst du? Ja. Ja. Das ist all legal, ja? Das ist all legal, ja? Ja. 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 Das ist die öffentliche Worte. Aber ich denke... Es ist viel. Ich mag das fast lieber als das andere. Der alte ist hier. Ja, das ist der alte. Er weiß nicht, ob es legal ist oder nicht. Ansonsten hast du nur eine Küche. Da oben sind auch verdächtig aussehende Papierstücke. Und dann haben wir mit den Schrauben zwischengeklemmt. Ja. Ja, hier muss man krass viel machen. Er meinte halt, das hier sieht auch nicht legal aus. Das hier ist legal. Die ist legal? Ja, das ist das alte Kartik hier. Und das da drüben, der Anbau ist nicht legal. Okay. Wissen sie nicht, ob er legal ist? Wissen sie auch nicht. Egal, wir tun jetzt immer so. Ja, das Haus haben wir schon gesehen. Ja, wir haben einen zusätzlichen Haus. Ja, das ist der Platz, der hier liegt in der Pfeilung. Das ist der Platz, der hier liegt. Das ist der Platz. Und natürlich auch ein Küche. Für den Wald ist das Plot, das Well und das Haus hier. Das Haus braucht eine Renovation. Wie viele Meter ist es? Es ist ungefähr 100 Meter Quadratmeter. 100 Meter Quadratmeter? Weil es eine Störung hinter mir ist, kannst du hier eine Tür öffnen. Und es braucht eine Renovation. Und wo ist das? Ah, du sprichst, du sprichst hier? Du sprichst hier und kannst alles zusammenfassen. Du kannst eine Verbindung mit der Störung hinter mir machen. Ja, weil 100 Meter Quadratmeter ist ziemlich gut. Mal schauen, dass ich hier vorne komme. Kann ich hier rein gehen oder ist es gefährlich? Moment, Moment. Nicht, dass ich... Moment, Moment. Okay. 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 Ja. Es sei wie diese mini kleine Küche aus, oder eng süß. Aber es ist halt ein kompliziertes Projekt. Ja. Muss man natürlich wirklich viel machen, ne? Ja. Kannst du dir vorstellen, da abzuwaschen? Jetzt? Ja. Kann ich mir generell nicht vorstellen, abzuwaschen. Stimmt. Ja, immer ich. Kannst du uns mal schauen? Ja. Das ist auch geil hier. Das ist super, ja. Ich würde sagen, es ist ein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall. Also, wenn das nicht für Stabilität sorgt, mache ich auch nicht. Okay. 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 The view, it's nice. Max, du kannst nicht rein gehen, weil es eine Renovation braucht. Hier ist das die Garten. Okay. Kann ich mir mal schauen? Ja, aber nicht rein. Es ist sehr gefährlich. Du brauchst neue Pflanzen. Oh, ja. Ja, das sind die Wurzäger. Ja. Ja, das sind die Wurzäger. Malbeeren, wie in Afghans. Sie sind so schön. Sie sind so schön. Sie sind so schön. Aber in dieser Zeit sind sie nicht bereit. Sie sind in den Sommer, oder? Ja. Sie sind in den Sommer, oder? Sie sind in den Sommer und Wurzäger, oder? Nein, hier ist es im Sommer. Ah, okay. Ich dachte, es ist in Malbeeren. Wurzäger? 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 Muro. Muria? Is the Greek word. Das ist Maulbeeren. Ich wusste nicht mal, dass sie an einem Baum wachsen. Okay. With the second floor to have the view. Yes, yes. It's close to the sea again, but... Yeah. Yeah. I mean... You're basically buying the land, the property, huh? With a permit. All these houses... Yeah. All these houses... This is the problem. Yeah. But do you think the other thing... You try to save money from the Bedini, and you will pay after more than one plot and one new house. Yeah. And the other one, we just saw the two houses. The Katika, the small one. Is it possible to finish so it's dry inside and it's okay, or do you think you have to take it down? No, it's okay. Yeah? And how much do you think it would be for the Katika to take the roof? Fifteen? How much do you think it would be to take this? Depends on what you have in your mind. Alright, that's it. Ach so, yeah. But I thought that was clear from the beginning. No. They said Katika... Katika. Yeah, okay. Let's go to another house now, because the two men have decided to look at the plot, to figure out if the building isn't expensive. So we're back with this. See you at the other one. What was the time was going on? What was the time was going on? After we had the plot, we were then to a house that was far away from our budgets. And so langsam was clear that this whole project was much more complicated than we had to have. We saw so much every house that was on the island for sale. And we were not sure where we should go on. So langsam ist unsere Zeit auf der Insel abgelaufen. Wir müssen leider feststellen, dass die Haussuche Stand jetzt nicht erfolgreich war. Und wir auf jeden Fall für eine zweite Reise zurückkommen müssen. Wir freuen uns euch dann wieder mitzunehmen. Nächste Woche geht's weiter. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat.